Liebes Publikum, meine Damen und Herren, uns nun das Duo Pimperenni. Ich weine, aua, 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 bin hingefallen. Hui, ui, 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 ui. Der da hat auf meine Gitarre getreten. Beweisen Sie es! Hier ist die Gitarre. Hier ist die Gitarre. Hier. Hier ist die Gitarre. Ja, sie ist ja nicht bekannt, dass hier die Gitarre gelegen hat. Sie, Sie, jetzt machen Sie aber meinen Punkt. Sie, 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 Sie. Sie, 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 Sie. Ja, weil ich in der Schule nicht gut genug aufgepasst habe. Besser, bis wir Zegel landen. Genau. Bereust du das? Ja, ein wenig. Wie wenig? Ein wenig. Und sonst? Muss und selbst. Auch. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Ja? Okay, bereit für eine Probe? Komm, der Clown schwitzt schon. So, Achtung und Probe ab. Bitte. Bitte. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Du musst sie unbedingt umbinden. Okay, danke dafür. Danke. 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 Nehmt den Helmut weg, dass er aus dem Licht geht. Nehmt ihn hinter zu dir, ja? Und Helmut los. Der da hat auf meine Gitarre getreten. Ihr würdet ja keine Gitarre überlaufen. Der hat auf meine Gitarre getreten. Das ist die Gitarre. Das ist die Gitarre. Das ist die Gitarre. Mir ist nicht bewusst, dass hier im Raum eine Gitarre gelegen hätte. Zieh. Zieh. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Zieh. Zieh. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Zieh. Zieh. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Zieh. 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 Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Zieh. Zieh. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Oh ja, da habe ich ein schönes Gedicht, was kann ich sagen. Ist das gut Ton? Natürlich. Im Ernst. Für meine Talk-Nummer. Oh, läuft das? Nein, läuft nicht. Ich tue es nur so, ne? Oh klar, der läuft echt sicher. Oh, der läuft bestimmt, der hört man da summeln irgendwann. Summen, spiel Sau. Ist echt wahr. Kann ich ja vorhalten. Vielen Dank. Bitte. Und jetzt noch mal mit Ton, falls Bildstörung ist oder so. Nee, komm, lass mal. Batterie ist ... Ich trau sie nicht, ne? Ich trau sie nicht, ne? Und Günter. Ja. Komm, nächstes mal klappt es aber, ne? Ja. Günter. Wachzele! Ja. Herr Kommissar, ich verneige mich vor Ihre Genialität und zu Dank möchte ich meine Knie verschwinden. Wie? Ja, was soll ich denn anfangen, um es? Wir sind ja einer der besten Kriminalisten der Welt und wer soll denn in Ihren Fußstapfen treten, Herr Körste? Ich flieze. Bitte, meine Schwarz. Bitte. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Selber komponieren. Das kann man nicht verwenden. 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 Das kann man nicht verwenden.